Ja, Fastfood-Fans aufgepasst, denn ab Montag da öffnet wieder die McDonalds-Filialen, aber erst einmal der McDrive. Also ganz wie gewohnt kann man dann hinfahren beim McDrive, dann hört man wieder eine nette Dame oder einen netten Herrn, ihre Bestellung bitte, und dann kann man auch schon loslegen. Aber Achtung, also wie gesagt, es gilt nur der McDrive, man kann nicht hinein ins Restaurant, sondern einfach nur reinfahren mit dem Auto, und da wird es aber auch nur begrenzt geöffnet sein. Also von 11 Uhr bis um 20 Uhr haben dann diese McDrive geöffnet und dann kann man wie gewohnt Burger und Co. bestellen. Aber auch natürlich wird das Produktsortiment etwas heruntergeschraubt, gerade jetzt am Anfang. Man muss den Betrieb auch langsam wieder in Start, man muss auch langsam wieder schauen, dass die Menschen natürlich auch hier wieder in diesen Restaurants dann ihre Bestellungen aufnehmen können. Es gibt dann auch gewisse Hygienevorschriften für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von McDonalds, aber ansonsten wieder feuerfrei für McDonalds ab Montag, beziehungsweise für den McDrive. Und dann kann man sich wieder Burger und Bommes und Co. bestellen. Also ich freue mich drauf.